Und nächste Episode 4. Fliegende Komplex. Danach haben wir die Bonus. Ah, hallo Henry. Well, to the wall. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. And now we have the infamous Henry Stipp. You're going to be here for a long time. Grigori, take him. You wait here until the cell found. So, we have the opportunity to go to the top, charge tickets to play, or just wait for the transfer. I want to go to the top. I want to go to the top. Is Grigori. Huh? Yeah, you know a new one, Henry? Oh, yeah. He's dead. I want to go to the top. Yes. I want to go to the top. I want to go to the top. Put him with others. I want to go to the top. Okay. Take a chance. Aquatics. Why should the tree have too small? What? Nein! Wow! Ist das Deutsche? Ist dann gewartet. Spider-Man. Achso, das war schon. Recht gemacht. Cheat aktiviert. Okay. Keat für Cheating. Maloukata. Maloukata. Sir, ich habe eine Nachfrage. Ja, geht's. Ja, es sieht aus wie Henry Stickman... Ja, Henry Stickman hat erbaut. Still da? Ja, ich habe eine Nachfrage. Ja, ich habe eine Nachfrage. Ich habe eine Nachfrage. Oh, oh. Ich hoffe, ich habe eine Nachfrage. 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 Oh, oh. Ich habe eine Nachfrage. Du bist die erste Person, die die Wallen zu überlassen. Warpstern. Na toll. Ich muss sagen, Henry, ich bin begeistert. Wirklich, ich bin. Du bist die erste Person, die die Wallen zu überlassen. Aber das ist das Ende für dich. Wir haben zwei Optionen hier, Henry. Du bleibst da, oder... Ich muss sagen, Henry, ich bin beeindruckt. Wirklich, ich bin. Du bist der erste Option, um die Krieg zu erheben. Aber das ist der Ende für dich. Wir haben zwei Optionen hier, Henry. Du bleibst da, oder du bleibst mit uns da. Du hast die richtige Wahl gemacht. Ich muss sagen, Henry, ich bin beeindruckt. Wirklich, ich bin. Du bist die erste Person, um die Tür zu erheben. Aber wir müssen einfach warten. Wir haben zwei Optionen hier, Henry. Du bleibst da, oder du gehst mit uns zurück zum Komplex. Was wird es sein, Henry? Hm, das ist einfach zu schlecht. Okay. Okay, alle zurück zum Wagen. Ich werde nicht über das vergessen. Das kommt aus der Ordnung. Oh, wir haben es geschafft. Aufmerksam, von hinten. Ah, das Spiel kennen wir. Papers, bitte. Jetzt gucken wir mal auf die Map. Haben wir noch einiges verpasst. Ganz am Anfang schon. Einfach für den Transfer warten. So, was habe ich gemacht. Jetzt geht's. Have a good time. Oh, okay. Okay. Den Teleporter, den Routen 18. Aufmerksam. Aufmerksam. Hm. Level Noob. Sonic Pulse. Ja. Das ging nach hinten los. Laser. Oh. Das hat geklappt. Ich glaube, ich kann mich nicht anrufen. Ja, hallo. Henry? Woher bist du? Oh, in der Komplex? Aufmerksam. Aufmerksam. Oh, ja, ja, natürlich. Wir werden gleich da. Oh, sitch ruhig. Ich werde dir wissen, wenn wir nahe sind. Eine Stunde später. Woher genau bist du? Cafeteria? Hm, okay. Du hast die Map hier. Ja, ja, da du bist. Das Airship. Undercover Agent. Drill Pod. No Top Scene. Nein, Undercover Agent. Was hörst du? Das ist ein schlechter Undercover Agent. Das ist ein schlechter Untercover Agent. Ahem. Und damit werden wir ja auch vergiftet. Oh, alle Zombies. Ah, komm mal. Wir müssen gehen. Hm, der Bohrer. Geht ins Flugzeug. Ah, du kannst das. Geht da. Lingshot. Stigwild Magnet. Das war klar. Jetzt hab's geklappt hat. Oh nein. Der Verräter. Das war klar. Aber das ist auch ein Ende. Der wird schwägt. Ein trockenes Ende. Mal schau. Das war genau. Warte. Wie eine Erbeerkannung rüber gehen. Ich habe hier noch einen ausgelassen. Magnet. Oh nein. So. Der Kahn hat nicht viel gebracht. Eine Stunde später. Erdbindiger, Flash, und Bubble Shield. Ja. Perfekt. No, you won't get hurt. Aber wir können nicht weiter. Flash! Als ob das geklappt hat. Ja. Snape, Charles, Mini Helicopter. Ich habe den perfekten Plan. Das ist der größte Plan. Na toll. Snape. Das war der falsche. Das war's. Und Mini Helicopter. Das war's. Und da geht's. Hey, ich sehe hier einen Helipad. Das wäre ein ziemlich guter Ort, um zu holen. Als ich nahe, werden sie wahrscheinlich aufbauen. Oh, ja, sie sehen mich. Ich komme und bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Halt ihn! Hey! Ich bin bereit. I-R-O. Haben wir einen Ending. Okay. Hier haben wir noch eins. Erdbindiger. Oh nein. Erdbindiger. Erdbindiger. Oh nein. Dann hier. Ihn als erste Schatten. Da war's, dass der Hände abgeschossen. Ja. Er ist okay jetzt. das war klar immer noch dritten weg runter der einzige weg war es den raketen hervorzuschalten was relativ logisch so hier haben wir noch ein paar wege frei oh nein lebrakolonie ich meine natürlich die kartenstation gut jetzt haben wir die wege ja nur gemacht das ist der interessanteste weg natürlich helfen wir ihr das ist das lustigste überhaupt in dem ganzen spiel auf geht's tolles meme gemeinsam ausschalten es ist schon mal geklappt ich würde die kraft gravität in hier granate sniper brust zu der Taser. Hoppla. Granate. Nice. Genese Explosion. Das hat ja super geklappt. Hey, ich habe die einfach geklappt. Vielleicht kommen sie in Hande? Wolltest du jemanden? Ich dachte, du pressst. Als ob das geklappt hat. Oha, wir fangen das auf Stand. Hilfe! Zurück zu dir, inmate. Wolltest du? Wolltest du? Wolltest du? Wolltest du, dass das mich beeinflusst? Oh, sehr materiell. Danke. Als ob das geklappt hat. Nein, lass uns raus. Das Gesicht hat geholfen. Das Gesicht hat geholfen. Okay. Okay. Motorrad. Wenn es nicht schwer ist. Hier in 50 Jahren gab es nicht. Und am Tag, wenn du aufrufst, dass das passiert. Du wirst dich alle schreiten. Das ist das quasi ein. Aber beginnend. Straschenschutz. Straschenschutz als binäre Waffe. Da meine Hände. ich habe einige Endes noch, ich könnte auch versuchen, ihn nicht mit rausnehmen und dann haben wir einige andere Möglichkeiten nicht, so lassen wir einfach mal, hier haben wir schon ziemlich viel, machen wir das noch, was haben wir noch, Acrobatics haben wir schon, das hat merkwürdigerweise geklappt, das war Absicht, jetzt, na toll, fehlt uns immer noch ein Ende, einfach schossen werden, so, hier jetzt, äh, ich glaube, das war das Ende sogar, ja, haben wir den Weg fertig gemacht, ach so, jetzt können wir noch mal, sie nicht mitnehmen, das machen wir ja nicht, oh, ich habe andere Möglichkeiten, komm mal, wenn du die, also bestimmt zählt da, okay, oha, Skyrim, du bist schwer zum rennen, ja, natürlich, jetzt mal rennen, was das der Convict? äh, ja, ich denke so, was sollen wir tun, wenn jemand versucht, wieder zu erheben, äh, ich denke, schürzen sie, ah, ja, das klingt gut, hm, ich habe den Club geschlossen, okay, so, wir sind hier, Power Jump, es ist mir, Henry, oha, warst du schacht, pardon, natürlich hat es geklappt, balancieren, so, okay, medium, natürlich hat es so, Ok, dann noch hier. Ok, dann noch hier. Ok, dann noch hier. Oh, das Boot. Also auf das große Schiff. Ah, der Imposter. Schiff auf den Ender. Ah, die Kuh hat... ...grabeniert. Skimmieboot. Ich nehme immer einen mit Familie. Ich nehme hier. Ein Ghost Inmate. Ok, hier haben wir eine Alternative geöffnet. Wir machen erstmal hier... Toll Guy. Hier hat man den richtigen Weg geschont. Haha. Ja. Ja. Oh ja, letzte Nacht. Ich habe mich am gleichen Tag. So, hier. Beautiful. Ouch. Ein Gravitator. So, hier haben wir noch... Hier haben wir noch einen Ender. Hier haben wir noch einen Ender. Halt den. Halt den. Dankeschön. Kannst du glauben, dass diese Inmate-Operation ist? Wahnsinn, hm? Ja, das ist wahnsinnig. Oh, sind Sie hier neu? Oh ja. Wir haben uns von der 8. Flur. Von der Cafeteria. Schön, Inmates. Und pass bei. Wir haben einen 3. Flur. Wir helfen ihnen die maximale Sicherheit. Was denkst du? Duh. Ich mag es. Wer bekommt die Regierungen? Hier war das Mützewerfen. Die richtige Ablenkung. Ok, Adrenalinschutzer. Du wirst gewinnen. Perfekt. Du wirst gewinnen. Perfekt. Haha. Für welchen Preis? Ok, hier. Das hier. Das haben wir noch nicht gemacht. Okay, du hast es gut. Ähm. Wir haben keinen Fahrer auf einem Boot. Ok, aussetze ich gut die Soto. Das ist jetzt ziemlich traurig. Autsch. 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 Ok. Hier habe ich alles. Bungie. Vielleicht den Ballon ohne ich erwartet. Auf den Knopf drücken. Auf den Aufzug warten. Fahrstuhlmusik. Ok, das haben wir noch nicht versucht. Ich bümpel Schuhe. Tja. Ah. Juhu. Was? Ok, hier der letzte. Box. Just a Box. Haha. Na, toll. Jetzt spielen hier auf uns. Poker. Das nächste ist kein Topgerät. Wir sind ein Schatten unserer selbst. Jetzt kommt der. Oh nein. Ich glaube jetzt haben wir alles gemacht. Jetzt brauchen wir noch ein Ending. Betrobener. Das ist das Beste. Das müssen wir noch mal machen. Wir entkommen zu zweit. Wir sind hier in 50 Jahren. Und den Tag, dass du aufhörst, dass das passiert. Du wirst alles aufhören. Wir sind hier in 50 Jahren. Straßenschildpower. Zu zweit und kommen, so muss das sein. Das ist doch ein Happy End. Wir sind ein Zeug. Says vieles. Bis zum